ja da sind wir auch schon wieder zurück herzlich willkommen zum kurs 5 bei ballastik mini golfs mit dagi zusammen wir wollen gar nicht lange schnacken wollen dass sie wegkriegen damit wir 1080p raushauen können also viel spaß ok nein jetzt halt gern richtig kackwinkel dito edith was edith wer ist denn edith er steht mir hier vor so einer blöde kappe toll ne bleib ne Nein. Wenigstens nicht drüber geflogen. Ja das stimmt. Du hast das gleiche Pech. Aber es halt mit dem Sand ist echt kacke. Ja. Ist schon mies zu kontrollieren dann. Oh wow 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 wow. Ich die rumzauern schon wieder sehe. Oh. Okay. Bist du runtergefallen? Hm. Hm. Immer zu doll. Immer zu wenig. Ach. Hä? Was war das denn? Jetzt ist das wieder zu doll ne? Du Spacken. Der Sand. Ist scheiße. Der Sand ist richtig kacke. Nein. Gibt es da nicht. Wie ist da jetzt Fuzzelarbeit? Ne vor allen Dingen wenn du dann mal ein bisschen doller schlägst dann ist der Sand wieder im Weg. Siehst du das? Irgendwie. Mhm. Oh. Loll. Ich bin drin. Siehst du. Hau ich so. Kommt der Scheiß raus. Hau ich ein bisschen weniger. Kommt der Scheiß raus. Ja ist so ne. Wenn du ein bisschen weniger machst dann dreh deine Kamera ein bisschen nach rechts oder so. Da ist wie gesagt irgendwie ist der Sand denn aufgeschlagen oder so. Ich weiß es auch nicht. Mal kommt da gar nichts. Sag mal. Komm mal rein. Ich verzweifle hier. War jetzt nur ein Stück drunter wie ich eben geschlagen habe. Muss ich jetzt verstehen. Also da müssen wir glaube ich noch ein bisschen nachpatchen oder? Bei dem Sand. Ja. Wie viele Schläge kannst du eigentlich machen? Bist schon bei 23. WTF. Na. Grün. Wow. Kann sein wird der Leave-Match-Button immer interessanter. Nein. Das ist nicht echt ernsthaft ne Kante. Und der ist nicht ernsthaft wieder zu weit. Ist ich dir zu kurz, Alter? Wollt ihr mich rollen? Gibt's da kein richtiges... Ah. Loll. 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 Max ist aber auch harsch. Hab, ne? Oder? Hahaha. Ey, Klassschede. Ja, ist Glui so ein Spiel, weil du musst man regelmäßig spielen, damit es noch so die Bahn so drinnen hat. Ne, durch die Bahn hattest du auch noch. Stimmt. Und dann hattest du noch mit so einer komischen Terrassen so Sprung. Also Glui ist auch noch nicht die letzte. Ach ja, stimmt. Und dann kam eine, wo ich gerage-crited bin. Das jetzt? Oh, meine Maus war immer raus. Loll, was machst du? Schummeln. Bist du geschummelt jetzt? Naja, der kommt da hinten. Der hat uns den Weg gespart. Hahaha. Dafür fahren jetzt zurück. Pfer ist Pferd, Sorte. Pferd ist Pferd, Sorte. Pferd ist Pferd, Sorte. Pferd ist Pferd, Sorte. Pferd? 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 No, es hat wieder nicht gereicht Schön, ich komme nicht mal auf den Ausgangspunkt Alter, wollt ihr mich rollen? Echt jetzt? Wenigstens rolle ich jetzt wieder zurück Toll Eben habe ich das nicht gehabt Kann ich ja meine Schokolade öffnen Gönn dir, Bruder Lass jetzt sein Oh, lol, hast du gesehen? Ich bin direkt ins Loch reingeknallt Aber das nächste hat dann nicht mehr gepasst Nee, ich bin durch jetzt Kann ich ja meine Schokolade noch nicht öffnen? Gott So, die gucken wir uns erstmal von oben an So Überwaffnet Ach, das war das, ne? Nein Das ist gut Ja, das ist gut Das war nicht gut Wieso bist du schon da drüben? Du hast geschummelt Hab ich gar nicht Also das müsstet ihr merken Echsen-Zömmeln-Nächte Ja, hab ich was ganz anderes gehört Aber ich weiß nicht, ob Lego da recht hat Hm-hm Weil ich diese komischen Drehdinger da schon wieder sehe Hm-hm Hm-hm Hier hab ich ausgemacht Ich geh den langen Weg Ich will nicht nochmal Rage quitten Wow Da ist, da ist ne gerade Wand Mal, ist da ne Kante drin Hören wir mal ein bisschen Pfad aufzunehmen Hier So Ist doch drinnen Kannste machen, glaub ich Bin mir nicht sicher Oh, lol Hä? Das ist nicht euer Ernst? Das Das ist nicht euer Ernst? Guck mal, Exegl, ich bin vor dir Fick dich Fick dich Uuuuuh Wow Ganz starke Minuspunkte Neiiin Fick you Ne, jetzt sind wir im Ernst Das kann doch nicht mehr sein, sowas Echt? Sandwellen sind ja noch Ja, Fick Nee Nee Wieder zu weit Nee Oh, ich dachte, jetzt passiert das ein zweites Mal Kann das nicht glauben Kann das nicht glauben Ein bisschen doller noch, dann kannst du auch ne extra Runde machen Das ist das gleiche in grün, nur rechts Wirst du rechte Hände oder was? Wirst du rechte Hände oder was? Extra Runde Ja Ja Oh, oh Bist du schon mal Kuchen heulen und so? Ich jetzt? Ja, nee, ist klar Kuchen und Kaffee bitte Ich hab mir eben ein paar Pfirsichränge geholt, damit ich das richtig schön genießen kann jetzt Nein, 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 nein... Ich glaube kein Mensch auf der Welt braucht so viele Schläge für die Ballen. Ja, nice! Und, kriegst du einen Rekord oder so? Die meisten Schläge auf der Karte. Und, nein, das war es! Es war dieses! Es war dieses! Ja, dann viel Spaß jetzt, Dagi! Das war das, wo du gesagt hast, hier, zeig mal was du, ne? Du kannst ja nichts und so. Wir wollen jetzt mal sehen, was du kannst. Das war, das war Lego. Und, so weit! Und, so weit! Echt ne verarschtes Game. Echt? Nein! NONONONO Da hat er noch reagiert, geil Ich bin durch Heftig Also ich muss sagen, den könnten wir gerne auf Barsch spielen, dann müssen wir echt, das ist Übungssache glaube ich Ja, wir spielen erstmal alle durch oder? Ja, ja, ja Mal gucken, ob da noch kommt so Hm, ich glaube ich habe eine Idee Tschüss Oh, fast Nein Oh, lol Okay, das ist ein bisschen weiter Hm, ein bisschen weniger Ja Oh Nochmal um ihn herangekommen Jo, ich hoffe euch hat es gefallen Wir haben noch weitere Folgen Also, würde mich freuen, wenn ihr in den nächsten Video dabei seid Bis gleich Tschüss Ich Ich Vielen Dank.